hallo und willkommen zu gut next dem deutschen basketball podcast im internet mein name ist andré vogt und ich begrüße euch zur neuen folge des kleinen war feinen basketball spiels heute mit dem fragen podcast am freitag und er präsentiert von manscaped.com und nicht nur dass die damen und herren bei manscaped haben was gegönnt ich konnte einen beard hedger also nicht das paket mit all den sachen die dazukommen sondern einfach in dem fall nur in anführungszeichen das gerät selbst mit all den aufsätzen die es so gibt kann ich raushauen heute und ich habe mir überlegt ich mache das um den overlords der algorithmus weltherrschaft gerecht zu werden an alle die die unter dem youtube video zu diesem podcast kommentieren das kann einfach ein emoji sein was ihr wollt vielleicht also keep it clean aber ein emoji reicht schon euer lieblings emoji haut es einfach runter like müsstet ihr das video natürlich auch wenn ihr jetzt sagen mit mal aber ich höre schon seit ewigkeiten den podcast im browser auf der seite ich weiß gar nicht ob mein rechner youtube hat okay cool keine frage also kann ich sagen hat er bestimmt auch im browser einfach youtube.com eingeben youtube.com slash dreh vogt vielleicht sogar das ist dann auch mein kanal und alle anderen können sich ja schnell mit ein zwei klicks da durchklicken und könnt trotzdem gewinnen ihr müsst nicht mehr da gehört haben ist aber nur gefällt mir klicken und das emoji und warum verlose ich so ein ding wie den beard hedger weil jetzt kommen wieder die als fühlt sich nicht so aber bald kommen die 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 tage liebsten kälter werden da lässt man vielleicht gerne mal im gesicht auch ein bisschen was stehen damit man nicht aussieht wie wie heißt der kollege von harry potter hagrid oder so und leute auf der straße die seite wechseln braucht man vielleicht so was wie den beard hedger dass man entweder kartschlag machen kann auch im gesicht oder eben das ganze in form bringen ich kann es nur empfehlen auch wenn ich mit meinem ich sag es ja immer schimmeligen restbart da eigentlich nicht der experte bin ich hoffe ich bin der expert von basketball da reden wir gleich drüber abstocht der hinweis wenn ihr sagt ich weiß ich habe nie glück bei solchen gewinnspielen haben die nichts anderes kann ich auch einkaufen na klar manscape.com mit dem code NEXT20 gibt es 20 prozent auf alles 30 jahr geld zurück garantie und free shipping aber kommen wir zu anfragen und auch heute gilt wir sind mittendrin in der saugurkenzeit gestern abend hat die nba natürlich den neuen spielplan herausgebracht da gab es ein paar coole sachen von den einzelnen teams die das in den social media geschichten so ein bisschen kundgetan haben ich fand zum beispiel Orlando sehr geil mit den verschiedenen ja wie ist es magic words mit verschiedenen comic geschichten checkt es mal aus findet ihr bestimmt ich fand auch phoenix sehr geil ehrlich gesagt mit diesen memes und eigentlich jetzt fragen oben aber dann gibt es auch bald die nba trips genau jetzt wenn ich hier fertig bin setze ich mich hin oben auf die dachterrasse und gucke ein bisschen dass ich mal schaue wo können wir dieses jahr hinfahren und dann läuft das ganze an thea germany weiter die trips zusammenbauen dann sobald das fertig ist melde ich mich bei euch noch mal dazu aber heute sagt die fragen von euch vielleicht eine sache noch vorweg zum neuen deutschen bundestrainer im basketball alex mumbrou habe ich gestern mit dienen deep dive aufgenommen im premium stream also patreon.com slash treffok jetzt noch beim fragen stream viel darüber gesprochen ich werde auch mal darüber sprechen klar aber wenn ich irgendwas gefehlt hat dann checkt die anderen quellen noch mal aus da habe ich wirklich denke ich zumindest alles angesprochen und da kommt es dann heute wenn ich zum dritten mal erzähle auch alles wieder so hinbekommen oder ob ich irgendwas vergesse dann manchmal denkt man hat schon gesagt und dann hat man es nicht ihr kommt zurecht aber kommen zu anfragen hennig fechner fängt an und ich sage direkt hennig ist celtics fan einer der der langjährigen hörer hier auch wie stehst du zum thema tatum kerr olympia hätte man ihn mehr spielen lassen müssen und die frage geht natürlich in richtung jason tatum hätte der mehr spielen müssen fürs team usa bei diesen olympischen spielen in paris und da kann natürlich erst mal sagen okay gucken wir erst mal auf die die fakten also wie viel hat er denn gespielt aber jason tatum er war in vier von sechs partien dabei 17 7 minuten hat er absolviert jetzt klingt es natürlich für eine relativ geringe zahl jetzt muss ich überlegen also ist das denn auch wenig man ist ein team mit vielen vielen stars wie sieht das denn aus und dann gucken wir mal die starter also lebron steph curry devin booker ist ja in regel gestartet und ich glaube immer noch dabei drew holliday glaube ich ne ich sag glaube ich war auf der fieber seite zum thema spaßballturnieren sind nicht sehen kann wer gestartet ist scheint keine so wichtige informationen zu sein aber von der spielzeit her lebron 24 und halb dann curry 23,3 durand von der bank außerhalb im finale 22,2 devin booker 22 minuten dann kommt drew holliday mit 18,8 und dann kommt aber auch schon jason tatum mit 17,7 und danach geht es weiter mit anthony davis 16,6 anthony edwards 16,3 bama dabei 16,1 deric white 15,8 aktuell im beat war auch dabei mit 16,8 und dann irgendwann terry sally burton mit 8,8 also sprich was war es die sechst meiste spielzeit war es für jason und hey das überrascht vielleicht erst mal auf den ersten blick wenn man denkt mit mal ich dachte der sagt der hätte eigentlich gar nicht gespielt praktisch und dann muss man vielleicht noch ein bisschen weiter gehen und gucken wie sah das denn von spiel zu spiel aus und wenn wir das erste spiel in der gruppenphase anschauen gegen serbien da hat er es ihn getroffen das war ja auch ein großes thema nach der ersten partie hey der hat gar nicht gespielt was ist da los gegen den südsudan waren es dann 17 minuten gegen puerto rico 23 gegen brasilien 20 und dann gegen serbien im halbfinale wieder nicht gespielt und gegen frankreich im finale an elf minuten dazu müssen natürlich sagen wie er gespielt hat es waren vier punkte gegen südsudan zehn gegen puerto rico fünf gegen brasilien und zwei gegen frankreich noch ein schritt weiter wurfquote zwei von vier gegen den südsudan vier von neun gegen puerto rico ein von fünf gegen brasilien und eins von drei gegen frankreich macht alles in allem 38,1 prozent komplett aus dem feld aus dem zweier bereich war ein aber 47,1 prozent und dreier bereich und da liegt für beiden griffe der hase im pfeffer sind wir bei null von vier null prozent sagt ja guten vier würfel small sample size aus dem wissen kann werfen was willst du uns das hier erzählen naja es ist schon so das habe ich auch nach ein paar stellen glaube ich schon gesagt letzte woche dass wenn du so ein team wie team usa zusammenstellst mit diesen stars dann hast du eigentlich und wenn wir uns den kader mal anschauen und sind das trifft wahrscheinlich auf zehn leute zu also bis auf derrick white und true holiday vielleicht hast du halt zehn mann von zwölf die gewohnt sind dass sie in ihrem jeweiligen mba team im mittelpunkt stehen was sie offensiv angeht wenn plays für sie gelaufen die sind die mit der höchsten usage rate also die die meisten ball besitze mit ball in der hand dann auch beeinflussen und das sind ja eigentlich nicht dass also die spieler ist nicht das was wir eigentlich rollenspieler nennen holiday white da muss man sagen ja okay die kommen am nächsten dran von den all stars also klar auch die anderen sind auch all stars aber von den größeren namen jetzt bergmann dabei ist wahrscheinlich auch am nächsten dran richtung rollenspieler da muss man sich immer auch fragen okay aber wie kommen denn jetzt diese diese superstars wenn so eine mannschaft kommen wie kommen die damit klar wenn ihre rolle eben eine andere ist und eben nicht am ball arbeiten was ich im pick and roll arbeiten sondern mehr kann ecke stehen auf die drei erwarten generell catch and shoot wo man vielleicht sonst eher sagt am ball arbeitet drive und kick spielt und das ist halt für viele vielleicht nicht so leicht wegzupacken ein sehr positives beispiel war devin booker der hat sich komplett in die dienstmannschaft gestellt was ganze feld verteidigt in der ecke auf den dreier gewartet der hat seine dreier auch getroffen mit 56,5 prozent 3,8 pro spiel und er ist ein bisschen der anti tatum der tatum hat glaube ich auch in der vorbereitung ist richtig im kopf aber ich habe jetzt die zahlen nicht vor mir auch nicht so richtig gut von draußen getroffen jetzt von den vier versuchen die hatte auch gar keinen wie gesagt das heißt dass er nicht werfen kann das heißt aber dass du mit einem team was ja auch vom dreier gelebt hat mal der dreier hat im endeffekt auch dann das halbfinale das finale gewonnen in einer welt wo der dreier natürlich auch dominiert da ist vielleicht nachteilig wenn dann irgendwie jason tatum hat irgendwie gerade keine kalte hand hat gleichzeitig ist es so man muss ja immer fragen bei so einem kader okay also wenn er nicht gespielt hat für wen hätte er denn spielen sollen also wo hätte er minuten her bekommen sollen und dann ist man schnell bei den namen james und durand und die haben ja nun mal wirklich exzellent performt lebron james war der quasi magic johnson dieser mannschaft hat klar auch mal punkte gemacht aber hat halt vor allem das team mit seinen passen angeführt hat die offensive organisiert durand kam von der bank das war eben auch einer mit 51,9 prozent der von der dreier linie einfach also das war schon überragend was er stellen was er gespielt hat auch dieses eine ding gegen serbien da wo er im beat weg schickt vom blog also dass er sagt hey ich brauche keinen block hier aus dem weg ich mache das schon hier und trifft halt einen sehr entscheidenden jumper vorher auch den dreier da das vierte foul das war nicht der dreier aber beim vierten fall von jokic hätte man den beiden jetzt sich fünf minuten wegnehmen sollen um dann tatum sich zehn minuten mehr zu geben oder oder hätten drei minuten mehr gereicht dann wäre bei 20 gewesen 21 ich glaube ihr merkt das man kommt da schnell in so ein bereich wo es einfach nur um nuancen geht und wo man auch sagen muss naja also das was auf dem feld passiert ist oder eben nicht passiert ist im tatums fall da kann man eigentlich daraus schlussfolgen dass der mädchen spielen müssen sondern man kommt an den punkt wo man sagt okay das ist bei der beste spieler ich weiß erst nicht feind zum p gewonnen der beste spieler der boston selten ist im finale gewesen wahrscheinlich über die ganze saison wie kann das sein dass der nicht spielt aber dann muss man eben auch sagen das ist jetzt hier natürlich eine mannschaft auf extrem hohem niveau die rolle für ihn die er sonst hat im verein war nicht da andere haben diese rollen besser gespielt also auf der vier aufzulaufen für ihn hier war ja auch nicht so leicht von daher nein er hätte nicht mehr spielen müssen ich weiß dass da draußen viele kritiker gibt die sagen dass ich steve kerr macht die celtics kaputt erst nehmen sie nicht brown mit sondern white und das führt schon diskussionen und jetzt wird tatum nicht spielen gelassen und ich hoffe natürlich dass jason tatum das mitnimmt in die neue saison und sagte alter also wenn wir gegen die warriors spielen ich will jeden ball ich will 50 machen für jedes mal mit mittelfinger nach jedem korb an der bank der der warriors vorbeilaufen das hoffe ich da das möchten wir glaube ich alle sehen so soll das sein aber es gibt jetzt keine große also ne abseits von der muss weil er eigentlich gut ist gibt es eigentlich keine argumentationskette zu sagen der hätte mehr spielen müssen von daher ist doof gelaufen für ihn ich hoffe dass er 2028 trotzdem mitspielt weil ich glaube da wird eine andere eine prominentere rolle spielen aber das ist eben das problem wenn du bei solchen teams mit dabei bist die und gar noch gegen serbien also ich glaube mit mit der art und weise wie die gespielt haben auch mit mit ihnen ein bisschen kleiner ein bisschen wendiger vielleicht aus tatum es ist da brauchst du eher dann die leute wie drew holiday länger auf dem feld als jemanden wie wie tatum und so kann man das erklären und ich glaube das ist dann auch relativ schnell auch ein ziemliches nicht ein non thema für ihn und für die fans aber wenn man sich glaube ich wirklich subjektiv also nicht objektiv anguckt da kommt man schnell zu dem beschluss dass bei der konkurrenz auf der position das eigentlich vielleicht nicht alternativlos war aber der einzige aktiv es geben hätte bei ihm das ich so zwei drei minuten mehr zu geben und lebron und hey die einzelnen weniger das hätte jetzt den kohl in dem sinne auch nicht fett gemacht tony horn fragt john morand wird aus memphis wieder ein playoff team machen und ich sehe sie durchaus innerhalb der sicheren playoff plätze von bis rang sechs vor seiner ersten ernsteren verletzung rangierte morand morand sogar innerhalb der top fünf beziehungsweise kurz dahinter im mvp voting denkst du er kann da direkt wieder anknüpfen ja also ich wüsste jetzt nicht warum ich irgendwie davon ausgehen müsste dass jammer rand jetzt einen totalen absturz erlebt was seine statistiken seine leistungen angeht weil also dafür ist er ja noch viel zu jung meines jahrgang 99 und wenn wir uns die statistiken mal angucken vergangene saison die neuen partien die können wir eigentlich rausnehmen obwohl die mit 25 punkten sechs rebounds und acht ist das natürlich auch gut war sondern wir die jahre davor gucken die beiden jahre davor als er dann so ankam sage ich mal auf dem niveau wo wir ihn erwartet haben da hat er 21 22 in 57 spielen 27,4 punkte sechs rebounds sieben assist sogar 34,4 prozent von der dreierlinie bei viereinhalb versuchen dreier ist ja bei ihm so ein ding da war auch siebter mvp voting und mip war er erster und dann 22 23 61 partien 6 22,2 punkte sechs rebounds acht assist aber eine dreierquote von 30,7 prozent und da war zwölfter mvp voting von daher ja das erwarte ich schon dass er da wieder anknüpft was man aber vor allem erwarten muss ist dass er spielfähig ist also verletzungen klar da kann man jetzt nicht viel machen aber wir kennen auch alle den anderen grund warum er nicht wähle bewahrstellenweise eben diese nummer mit mit seiner mit seiner knarre sagen wir es mal so ich hoffe er hat das im griff bekommen ich hoffe die lange lange zeit die er jetzt draußen war genutzt um die auch körperlich auf top niveau zu kommen und eben auch dann vielleicht noch mal ein paar sachen zu reflektieren die davor auch abseits des feldes passiert sind und dann gehe ich davon aus dass die auf jeden fall dass er auf jeden fall wieder aufs alte niveau kommt und dann ist es so dass diese mannschaft in memphis durch immer noch mit desmond bain gt jackson vergangenes jahr ja in absenz einiger leistungsträger einen guten job gemacht wir haben jaron jackson jr nach wie vor marcus smart ist da das ist schon eine tiefe truppe mit vielen fähigen rollenspielern sie haben sag edie gedraftet mal gucken wie der dann funktioniert als als big man aber das ist eine mannschaft natürlich da müssen wir von ausgehen dass sie top sechs finde ich einen ganz realistischen outcome dass sie da wieder landet aber mir fällt jetzt nichts ein was was mir denken lassen würde dass das jumbo rent nicht mehr auf dem niveau von vor seiner verletzung ist ehrlich gesagt erik fragt wer muss alles nächstes jahr meister werden nicht wer kann sondern welche teams haben das absolutes das absolute ziel und alles darunter ist eine enttäuschung man weiß nicht wie es intern ist ich habe mir das jetzt für mal angeguckt die tabelle und gedacht also wo würde ich jetzt sagen wirklich also wenn die nicht meister werden ist es eine enttäuschung weil alles was dieses team gemacht hat zuletzt darauf abzielt es gibt quasi kein plan b ist es nicht dass noch ein entwicklungsschritt zu erwarten ist bevor man meister wird sondern das muss jetzt passieren und ich habe versucht so ein bisschen das ganze so in tier aufzuteilen und zu sagen also ich weiß nicht wie tier jetzt nennen soll ich habe auch nur ein team im obersten tier also ein team da wo ich denke ja wenn die nicht meister werden ist eine enttäuschung und das ist der meister die boston celtics ne da ist glaube ich klar das team vergangenes jahr war überragend ich weiß auch viele sagen das war geschenkt und playoffs und so who cares können sie ja dieses jahr zeigen dass sie gut genug waren oder gut genug sind dass auch teams geschlagen werden die nicht vielleicht ein zwei stars und verletzt auf der bank sitzen haben aber so gut waren sie ja natürlich porzingis fehlt wahrscheinlich bis das neue jahr hinein oder zumindest bis weihnachten warten wir mal ab wann er wieder da ist aber das ist der meister die haben überragenden basketball gespielt die waren tief das hat alles gepasst ich denke da gibt es mit jay brown und jay tatum auch zwei jungs wirklich vielleicht ein bisschen mit der faust in der shorts anfangen dieses jahr einfach weil sie denken sie wurden ein bisschen disrespected in dem ganzen team usa kontext von daher boston nummer eins darunter ein tier ja da wird es für mich schon ein bisschen schwierig wenn ich ehrlich bin ich habe auch nur ein team im tier da drunter und wenn ihr euch wundert warum wir vielleicht ab und zu wie hier ein paar hintergrund geräusche hört wie jetzt gerade irgendwie ja flugzeug und dann vielleicht paar vögel die zwitschern das liegt daran dass ich in der bude hier heute das fenster aufmachen muss sonst komme ich hier nicht durch den podcast durch bei der hitze von daher ist nächstes auch wieder besser ich habe nur die milwaukee bucks in diesem zweiten tier warum naja vergangenes jahr sind sie dann mehr wie eine all in gegangen mit damien lillard das hat dann gar nicht funktioniert trainerwechsel dann war james anseldekumbo verletzt in den playoffs dann war dame lillard verletzt in den playoffs zwischendurch kam doc rivers das lief dann auch nicht gut und aber das ist alles win now das ist das war alles auch jetzt das ist da gibt es kein plan b für die zukunft von daher klar kann jetzt jeder diskutieren sind die wirklich titelkandidaten oder nicht das werden wir an anderer stelle noch mal klären wenn es um die previews geht aber die sind mit dem klaren ziel auch in dieser spielzeit werden die starten meisterschaft alles andere ist nur enttäuschung punkt und darunter habe ich dann vier teams eingeordnet die alle aus der western conference kommen ich denke nicht dass die eastern conference trash sein wird kommendem jahr ganz im gegenteil ich glaube das wird ein ziemliches hauen stechen werden im osten auch auf relativ hohem niveau aber eben nicht so hoch wie im westen und die teams die ich dann schon noch vor ort auf dem niveau wo man sich durchaus schön reden kann hey wenn ein zwei sachen cool laufen dann könnten die auch in die finals kommen wie zum beispiel new york kommt noch zu bei denen sehe ich jetzt aber nicht diese dringlichkeit dass man um jeden preis meister werden muss dieses jahr also es ist ein kann es ist ein next step machen aber ich sehe es noch nicht auf dem level von den vier teams und das zum einen der das klar haben wir den finals verloren man kann argumentieren haben sie auch stückweit unter wert verkauft das muss jeder für sich selbst entscheiden ich denke sie hatten einfach noch nicht genug oder sie waren zu angreifbar in gewisser hinsicht haben sich auch verstärkt aber da geht es um meisterschaft du warst jetzt so nah dran natürlich dass wir enttäuschen wenn du jetzt nicht meister wirst die timberwolves denke ich sind auch an dem punkt auch weil sie finde ich gegen gegen der liste auch sich zum stück weit selbst geschlagen haben ganz ähnlich wie in der list denn war denke ich schon einfach weil du jokic hast weil du immer noch murray hast du hast dich kein kcp mehr du musst leute von der bank hoch in die rotationen pushen die da jetzt leistung bringen müssen ob das funktioniert steht auf dem anderen blatt aber da ist schon auch gewisser druck da eben weil du vorletztes jahr meister geworden bist und weil man auch da sagen muss was dann spiel sieben gegen das wird auch passiert ist hätte das denn passieren müssen und es gibt sicherlich ein multiversum wo die nuggets letztes jahr meister geworden sind weil sie eben nicht spiel sieben verlieren weil dann derles keine antwort hat und dann eben auch boston enorm probleme bekommt mit mit nikola jokic und dann habe ich noch ein team das sind die phoenix suns auch da würde man denken aber das ist ja überhaupt ein team also warum sind die auf der liste das ist ja jetzt wirklich realistischerweise kein meisterschaftsteam ich denke auch nicht dass die meister werden aber auch hier muss man sagen da das alles winnow das ist bradley biel geholt kevin durant geholt jetzt hat man natürlich auch matthias jones jemanden gekriegt der auf der eins überraschender weise dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich von der bank kommen wird und helfen wird aber alles in allem ist mir das immer noch zu sehr auf kante genäht und es ist mir mir zuverletzungsanfällig etc aber das ist nun mal alles die haben alle amerika sagt man they put all their eggs in one basket also die setzen alles auf dieses auf diese karte hey booker durant biel die holen uns den titel und wenn das nicht klappt dann hast du ein bisschen bisschen sehr problem aber dann muss den ganzen laden wahrscheinlich einreißen von daher ja schauen wir mal was da kommt ansonsten klar könnte man sich noch spaß machen und sagen die lakers kommen wird auf die liste weil lakers jedes jahr wenn sie nicht meister werden enttäuschung sind für die fans aber das ist ja nicht ich habe ja wurde nicht klar welche fans irrational sind sondern wenn ich da oben sehe golden state genau das gleiche würde ich auch nicht sagen oder genau und oklahoma city da fehlt noch ein entwicklungsschritt glaube das sehen die oklahoma city auch ganz ähnlich glaube schon dass die natürlich bock haben meister zu werden und das schon probieren werden auch und auch die werden auch dieses jahr wieder weit vorne landen im westen aber nochmal die sind so jung da ist so viel noch drin und sie waren jetzt ja auch nicht in den conference finals also da ist jetzt auch kein kein druck da ist kein kein must win für mich zu erkennen wenn ich ehrlich bin heavy andy oder heavy andy fragt können die nix einen meisterschaftslauf hinlegen klar können sie auf jeden fall vergangenes jahr hätte man argumentieren können hey vergangene saison hätten sie auch geschafft wenn sie alle verletzt hätten aber das wissen wir natürlich jetzt nicht ob es dann funktioniert hätte gegen boston auf jeden Fall sind sie ein formidabler gegner aber ich möchte da erstmal sehen wie das in die saison geht dann mit jesus randall natürlich auch vor allem wieder der zurückkehrt nach seiner verletzung denn das ich will nicht dieses dieses wort bemühen haben die denn genug bälle im angriff damit alle zufrieden sind aber man muss schon die frage stellen wie passt randall da jetzt mit rein mein vergangenes jahr am ende hätten sie ihn wahnsinnig gut gebrauchen können versteht mich nicht falsch sie hatten halt am ende ja wirklich nur noch jayne brunson als ballführenden der da in der lage war einfach für sich selber zu kreieren die anderen waren viel von ihm abhängig als er zugestellt war klar gab es auch tolle spieler die dann in die bresche gesprungen sind vor allem würde ich sagen donte di vincenzo aber michael bridget ist jetzt mit dabei den wir sicherlich auch ein paar mal werfen genau wie ojiano nobi den man verlängert hat und dann kommt randall zurück der ja nicht teil von diesem also nicht auf dem feld zumindest von diesem run halt war der war auch nicht bei villanova mal gucken hartenstein haben sie verloren gut da kann man da jetzt auch sagen gut dafür haben sie ja dann immer noch mitchell robinson der kann ja einiges von dem bringen vielleicht gibt ariel hookporti mehr minuten als man denkt der deutsche center der gedraftet wurde jetzt so ein two way contract hat müssen wir abwarten aber ja sie können natürlich einen run starten aber für meine begriffe wie gesagt ich habe da ein paar fragen dran wie das dann funktioniert aber defensiv sind sie wahrscheinlich auf der höhe denke ich mal nächstes jahr eigentlich gibt es auch genug spieler dass eigentlich keiner durchspielen muss von daher ja also ich glaube als nix fan kann man sich freuen man kann auch mit erwartungen von conference finale an die sache rangehen aber nochmal da möchte ich dass wir die statik der mannschaft sehen teelicious fragt es gab ja viele vergleiche des dream teams von 92 mit dem jetzigen us team wenn ich mir die karte anschaue verstehe ich das nicht ganz 1992 waren alles spieler dabei klammer auf außer christian leitner klammer zu die heute als legenden gesehen werden beim aktuellen team sind holiday white halliburton und auch adebayo dabei ich denke nicht dass von diesen spielen in 15 jahren noch gesprochen wird wie siehst du das gesprochen werden wird von denen bestimmt also gerade von halliburton adebayo die werden sicherlich multiple allstars dann sein in 15 jahren aber sind das schon jetzt holiday und white ich meine reden wir denn 15 jahre 15 jahre zurück von heute ist oh Gott das ist 2009 reden wir noch von brian scalabrini heute zum teil ja aus anderen gründen vielleicht aber ist so reden wir von dwight howard irgendwie auch noch von stephan marbury also man kann ja ein paar namen finden von leuten die jetzt nicht unbedingt topstars sind die immer noch irgendwie an die man sich erinnert und man sagt hey das war ein guter spieler kann man sich auch viele viele andere namen noch nennen man kann auch einen namen aus den 80ern nennen also über die man also über james worthy spricht man ja auch noch zumindest sprechen wir das bei hall of game da kommt auch bald eine folge zu james worthy aber das kann ja nicht das kriterium sein irgendwie wenn ich zwei teams vergleiche sagen also die einen das sind alles legenden und die anderen da sind ein paar rollenspieler dabei also von daher ist das team klar schlechter als das andere aus mehreren gründen also zum einen ist so dass 92 wenn wir jetzt nur also ich frage es was wollen wir vergleichen wollen wir einfach die teams vergleichen mit den namen und dem spieler und von dem jeweiligen spieler das gesamte oeuvre was er jemals geleistet hat in seiner kehre also was man heutzutage gerne auch legacy nennt oder wollen wir vergleichen wie die spieler drauf waren in dem jahr 92 oder jetzt eben 2024 also wie auf welcher höhere schaffens waren sie da und wenn wir da auf 92 schauen dann müssen wir natürlich gucken und sagen gut Larry Birds Rücken war kaputt John Stockton hatte sich auch verletzt und war dann nicht wirklich spielfähig Matthew Johnson oder Yates naja also das ist dann schon so dass da nicht alle auf der Höhe ihres Schaffens waren und wahrscheinlich auch dann vielleicht weniger gebracht haben als jetzt zum Beispiel Drew Holiday weiß ich nicht ist schwer zu vergleichen auch weil damals die Basketball Welt eben noch nicht da war wo sie jetzt war der Abstand von Team USA zum Rest der Welt war eben recht groß und jetzt muss man sagen ist das ja nach den Ergebnissen im Halbfinale und im Finale zu urteilen dann ja doch relativ nahe beieinander so von daher klar den Legendenstatus können wir da anführen und wenn ihr sagt das 92er Team war faszinierend damit mehr Strahlkraft und wird auf Ewigkeit das Team sein was am meisten verändert hat im Weltbasketball ja klar natürlich das wird so sein 92 deswegen haben wir auch hier diese Ausgabe gemacht von unserem Magazin 1992 auch ein Großkapitel über das Dream Team geschrieben denn das Dream Team war der Urknall im Weltbasketball natürlich wurde vorher Basketball auch in der Welt gespielt es gab auch Legenden vorher in verschiedenen Ländern gar keine Frage aber als die Dudes da aufgetreten sind und die Welt verzaubert haben und das war es ja wirklich alles was wir heute haben an Parität auf der Fieberbühne an Qualität in der NBA aus dem Ausland ist zum großen Teil auf die Jungs zurückzuführen und da wird natürlich das heutige Team USA nie im Leben rankommen einfach weil da schon so viel Vorarbeit geleistet wurde aber wenn wir jetzt rein spielerisch das Ganze anschauen da müssen wir natürlich schon die Frage stellen wer würde da jetzt gewinnen aber das ist das führt zu weit das müsste wäre ein eigener Podcast ehrlich gesagt aber jetzt nur weil da mit Holiday und White zwei Rollenspiele dabei waren und mit Halliburton jemand der gar nicht gespielt hat aber mit anderen jemand der eher defensiv unterwegs ist heißt es noch lange nicht dass das Team jetzt hier im Vergleich zu seinen Vorgängern irgendwie Trash war Jan Köh fragt Curry und LeBron waren die Säulen von Team USA würde der Trade von einem zum anderen zum Team des anderen dafür sorgen dass beide noch den Versuch auf einen letzten Titel haben weil Versuch haben sie ja auch so jeder der anstritt dieses Jahr hat eine Chance auf einen Titel hat Kate Cunningham in Detroit auch fragt es mir nur wie groß die Chance ist würde jetzt ein Trade von einem zum anderen bedeuten dass das jeweilige Team wo die beiden dann spielen sofort einer der engeren Meisterschafts Favoriten ist da muss man ganz klar sagen nein also in einer Welt wo man sich vorstellt dass dann so ein Trade auch also gerecht ist nicht jetzt irgendwie keine Ahnung Steph Curry gegen D'Angelo Russell und Rui Hachimura also es wäre dann schon ein Deal wenn LeBron nach Golden State geht ich überlege mir gerade dann müsste wahrscheinlich Kuminga müsste dabei sein Pochemski müsste dabei sein wahrscheinlich von der Kohle hier noch zwei drei andere die aussehen auch Wiggins das würde die Warriors für meine Griffe nicht wirklich weiterbringen wenn ich ganz ehrlich bin weil sie einfach nicht die Bank hätten sie wären nicht tief genug LeBron und Draymond Green würden sich schon also gerade Green das Rolle im Angriff also er hätte in der Regel den Ball in der Hand dann würde LeBron mehr Off-Ball spielen das kriegt man alles organisiert aber am Ende des Tages ist es halt bringt das die Warriors nicht weiter wenn wir ganz ehrlich sind einfach weil du zu großen Adalas hast bei den Sachen die du wegschickst in dem Trade und genauso ist es andersrum auch wenn du Curry halt holst und wenn wir ehrlich sind dann ist dann Austin Reeves dabei da ist ein Dalton Knecht dabei ich muss nochmal gucken wer überhaupt da noch interessant wäre für die Warriors denn ist nicht so dass die Lakers jetzt eine Mannschaft haben wo man sich die Finger danach leckt nach den Spielern die man da jetzt holt also wie gesagt Reeves wäre auf jeden Fall dabei Kinect wäre dabei naja und dann also Jared Vanderbilt oder so glaube ich weckt da jetzt keine großen Begehrlichkeiten vielleicht kriegst du noch Jalen Hutzke Filo mit rein aber der hat ja verdient ja kein Geld D'Angelo Russell war schon mal bei Golden State ich glaube nicht dass die noch mit der Kneifzange anfassen es sei denn die wollen neu anfangen was natürlich ein Trade von Steph Curry signalisieren würde dann würdest du die ganzen Draft Picks noch mitnehmen die sie zu bieten haben also für die Lakers wäre sowas wahrscheinlich sinnvoller aber selbst wenn du Curry LeBron und Davis hast und danach und das wäre dann so im Endeffekt nur noch Minimalrollenspieler und vielleicht noch Ruya Chimura ich sehe nicht wie das reicht in der Western Conference du hast dann mit LeBron und mit Curry zwei angreifbare alternde Stars defensiv angreifbar die natürlich vor nie einiges machen können aber das Pick and Roll von Biden was wir jetzt gesehen haben bei Olympia ist natürlich in der NBA ist immer noch effektiv keine Frage versteht mich falsch aber das ist eben besser zu verteidigen in der NBA mit anderen Athleten anderer Länge als es in der Fieber geht von daher die Lakers wären besser und sicherlich auch vielleicht kein Play-in-Team aber als Meisterschaftskandidat würde ich die nicht sehen P fragt aber auch zu dem Thema wird LeBron oder hier steht wie LeBron nochmal einen Titel holen jetzt weiß ich nicht ob es es wird oder wie ich beantworte mal beides wie ja das ist eine Frage die stellen sich in L.A. seit ein paar Jahren ja auch schon man müsste hinbekommen eben die Versatzstücke und jetzt hoffe ich nicht dass Leute anrufen beim ZDF und sagen oh boah das ist Spielermaterial also darf man die doch nicht mehr nennen also die Leute die Ergänzungsspieler sind anderswo eventuell Begehrlichkeiten wecken also ein Austin Reeves ein Dalton Connect vielleicht sogar ein Ruya Chimura aber vor allem auch die Draftpicks dass man die zusammenpacken kann für ja entweder einen dritten Star wenn das noch der Weg ist den man gehen will in der heutigen Zeit ich meine in dem Fall bei den Lakers kann man sagen gut ist uns auch scheißegal LeBron macht ja noch ein, zwei Jahre wenn wir jetzt einen dritten Star bekommen dann haben wir bald nur noch zwei Stars eben Anthony Davis und den neuen und dann fangen wir eh halbwegs von vorne an von daher wahrscheinlich wäre die Idee die Jungs zusammenzubringen und dann einen dritten Star zu holen oder eben diese Spieler die man da hat plus den Draftpicks eben für zwei, drei besser passende Ergänzungsspieler einzutauschen aber ich finde beides recht unwahrscheinlich aber das wäre der Weg dann irgendwie um das aufzufangen aber generell würde ich sagen für mich LeBron jetzt die beste Chance auf einen Titel wäre halt in einem Kader wo er natürlich eine große Rolle spielt der aber recht tief besetzt also wie neun oder zehn Mann tief geht wo er genug Ruhephasen bekommen kann während der Regulernsaison um in den Playoffs spielfähig zu sein was im letzten Jahr auch nicht mehr der Fall war oder zumindest auf hohem Niveau dann spielfähig zu sein oder eben auch wenn er während der Saison mal eine Pause braucht dass da der Laden auch weiter weiterläuft aber genau diese Tiefe sehe ich halt bei den Lakers nicht entstehen selbst wenn jetzt jemand wie Knack direkt funktioniert selbst wenn jetzt Hutz Kifino im zweiten Jahr auf einmal einen riesen Schritt macht Max Christie einen riesen Schritt macht das sind alles so viele Ifs und Whens das sehe ich irgendwie nicht also müsste er wahrscheinlich wechseln aber er hätte ja wechseln können dieses Jahr wollte er nicht von daher denke ich dass er auch nicht mal von den Lakers weg geht und dann sehe ich da ehrlich gesagt wird LeBron noch einmal einen Titel holen nein würde ich nicht denken ich würde sagen die Zeit für ihn ist jetzt knapp noch eins bis drei Jahre würde ich sagen wahrscheinlich over anderthalb zweieinhalb Jahre die er noch spielt ich denke nicht dass es in der Zeit den Lakers gelingt von einem Play-in-Team zu einer Mannschaft zu werden die wirklich alle Fragen die man an so einen Titelträger hat beantwortet von daher würde ich sagen nein er holt keinen Titel mehr Jakob Serbo fragt was denkst du ist der optimale mögliche Verlauf von Colin Sextons Karriere kannst du dir vorstellen dass er eine All-Star Nominierung erreichen könnte ähm jein also ja ich kann mir schon vorstellen dass Colin Sexton mal All-Star wird ähm jetzt werden wahrscheinlich einige sich krass verschluckt haben oder irgendwie so ein bisschen threw up in my mouth mäßig jetzt da sitzen ähm aber ich erkläre kurz warum ich das sehe also wir hatten bei ihm ja schon einen Fall in Cleveland vor ein paar Jahren da hat er 24 Punkte aufgelegt zuletzt waren es 18,7 in Utah ähm auch mit mit guten Wurfquoten ne 39% von der Dreierlinie im Zweierbereich 53% dazu noch 5 Assists 3 Rebounds sind das Zahlen eines All-Stars ja kann sein wenn das Team Erfolg hat dann haben es auch schon Leute geschafft mit solchen Zahlen ins All-Star Game zu kommen hat Utah Erfolg ne nicht wirklich also für ihn der Best Case wäre keine Ahnung wenn er entweder als bester sechster Mann solche Zahlen auflegt oder irgendwo hinkommt als dritter vierter Star irgendwie ne ja schon eher dritter Star und dann 15, 16 Punkte auflegt wie gesagt das gab es in der Vergangenheit schon in der Vergangenheit gab es das aber eigentlich auch nur wenn die Liga äh wie soll ich das sagen also vom Star-Level her nicht so tief besetzt war ne da gab es natürlich mal Spieler die es dann geschafft haben die vielleicht auf den ersten Blick die man nicht so als All-Star abgespeichert hat ähm jetzt ist die Liga aber sehr tief besetzt das heißt also wenn jemand wie er da reinrutschen würde müsste sein Team Erfolg haben es müssten Leute verletzt sein und das wäre so der Weg aber eigentlich wenn es normal läuft denke ich nicht dass wir ihn da sehen er ist jetzt auch nicht blutjung mein Junge ist 25, 26 ähm von daher ich denke dass er diesen Sprung auf auf ich meine Ortstar im Sinne von dass das ein zweimal wird es kann passieren aber ich ich sehe es eigentlich nicht weil die Begebenheiten nicht da sind und Abo-All-Star also 3-4 Mal All-Star zu werden das wieso nicht wird Isaac Bonga nicht überwertet fragt Konter 1848 ich höre die ganze Zeit und lese ja Bonga muss in die NBA wieder wenn Bonga seine Eckendreie nicht trifft hat er doch keine Argumente am Ball ist er total harmlos und sein Defense natürlich nicht schlecht aber nicht auf elitärem Level überschätzt man nicht diese Kategorie Spieler immer bei wieder bei solchen Turnieren muss man die Frage bis auseinander klamüsern glaube ich also erstmal bei diesen Turnieren das hat damit nichts zu tun also ich weiß nicht was andere Kollegen geschrieben haben oder was Fans im Internet schreiben ich habe seit Jahren gesagt hey wenn Isaac Bonga seinen Dreier trifft könnt gerne trinken jetzt bei 35-36% dann ist er ein NBA-Spieler weil er den Körper hat er hat die Athletik er hat das Ballhandling er hat das Decision-Making dass er jemand sein kann der nicht nur die D und 3 sondern dem auch Drive und Kick und whatever gibt da hat sich in meiner Argumentation und meiner Sichtweise auch nichts geändert auch nicht bei Olympia bei Olympia kam eine Sache dazu dass er eben was waren 56-57% seiner Dreier getroffen hat und dass er auch wichtige Dreier waren zum Teil und dass man sagt ja also wenn dieser Dreier so fällt und das war vergangenes Jahr in der EuroLeague nicht so in der Bundesliga wenn ich richtig erinnere hat er dann den doch ganz gut getroffen dann ist er ein NBA-Spieler und deshalb habe ich auch diesen Artikel da gepostet von ESPN wo er nicht drauf stand wo es darum ging hey welche nicht NBA-Profis bei diesem Olympia-Turnier könnten denn in der NBA spielen auf die Liste hätte er meine Begriffe rauf gemusst aber klar er muss sein Dreier treffen die Frage ist jetzt garantiert wird er bei NBA-Teams irgendwie im War Room auf einem Whiteboard stehen unter in der Liste hey EuroLeague 3&D Candidates der hinterher wird dann stehen wie viel Geld er verdient der wird stehen wann sein Vertrag ausläuft so und da wird man das beobachten ne aber dass er jetzt am Ball total harmlos ist man darf nicht verwechseln die Rolle die einer spielt ne also in dem Fall sagt abseits des Balles stehen Ballhändler Dennis Schröder Franz Wagner und dann die Spieler die auf die Kicks warten verstehen wir wie Andy Obst auch und dann wenn es opportun ist werfen oder halt wenn es nicht opportun ist zum Korb gehen das gibt es ja beides das sind ja die Entscheidungen die du dann triffst wenn du diese Closet-Situation hast auf dem Flügel bei jemandem wie Isaac Bonga ist es aber so und ich könnte mich gerne berichtigen weil ich jetzt nur drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe bei Olympia aber ich kann mich auch noch an die WM erinnern zum Beispiel wenn es einen Kick zu ihm gab in der Regel naja also der Scouting-Report bei ihm ist ja der kann nicht so gut werfen also waren die Closeouts wie gesagt in der Regel es gibt sicherlich auch gegenteilige Beispiele aber in der Regel waren die sehr konservativ das soll heißen die sind nicht rausgeraten irre und beide Hände hoch um Gottes Willen Hauptsache der Typ wirften die sagen so ja reicht auch wenn ich zwei Meter vor ihm zum Stehen komme wenn er wirft block ich ihn aus im Scouting-Report steht not a shooter habe ich nichts falsch gemacht wenn ich aber zu nah ran gehe und der geht mir vorbei dann sehe ich ziemlich blöd aus so und da muss ich meinem Trainer erklären warum ich dem Scouting-Report nicht folge von daher hat er die Dinger dann genommen die frei waren und die waren drin kann er jetzt nichts am Ball ist er da harmlos nö das ist halt nicht seine Rolle und das ist nicht die richtige Entscheidung natürlich kann man jetzt sagen aber wenn er erst am Ball könnte dann würde Gordon Herbert gesagt haben ja gib den Ball zum so Isak und Isak macht jetzt eins gegen eins breakt er die Leute down mit Meta Hesi ja gut da ist es nicht so im Spiel und da hast du halt zwei Mann mit Schröder und Wagner die es besser können also lässt du die das machen von daher das muss man schon immer differenziert sehen von daher für mich nach wie vor er ist jemand der wenn sein Dreier konstant fallen würde der auf NBA-Niveau ist der ja auch schon NBA war aber ob der Dreier jetzt trifft ob er nochmal ein Team überzeugt ob ein Team ihn überzeugt mit dem Angebot was er dann bekommt vielleicht hat er dieses Jahr auch schon NBA-Angebote gehabt und das war alles nur nicht garantiert und er wollte einfach da jetzt er muss Sicherheit haben in Partys sein mit dem Vertrag das kann ja alles sein das wissen wir alles nicht von daher er ist für mich ein potenzieller NBA-Spieler aber der Wurf muss fallen aber dass es am Ball harmlos ist oder dass man ihn bei diesen Turnieren unterschätzt überschätzt nö das ist ehrlich gesagt nicht so Timo Schulladen fragt würdest du Micic von den Serben auch eher raten wieder in die Euroleague zurückzugehen wie es Vesankov getan hat oder siehst du seine Situation etwas anders ich kann bei beiden verstehen dass man es in der NBA versucht hat ähnlich wie auch Theodorosic damals aber die Perspektive ist eher mau nö ich würde Micic nicht raten nach Europa zurückzukommen und ich denke das sollte auch niemand anders tun weil ich muss es mal nebenbei nachschlagen aber für meine Begriffe hat Micic ja noch einen laufenden NBA-Vertrag sprich wenn er jetzt weggehen würde wäre er ja vertragsbrüchig und natürlich kann man sich auf eine Auflösung des Vertrags einigen aber so wie ich das sehe hier verdient er in der kommenden Saison 7,7 Millionen Dollar und im Jahr drauf das sind Teamoptionen 8,1 Millionen Dollar von daher ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht wie man das auch nur halbwegs argumentieren könnte gegenüber Vasily Micic dass er diese 7,7 Millionen Dollar irgendwie ausschlägt weil also klar kann man sagen hey der hat wenig gespielt und augenscheinlich wird er nicht die Rolle da spielen die er in der EuroLeague spielt naja aber na und also ich meine letztes Jahr war er 30 Partien in Charlotte hat 27 Minuten gespielt gut geschenkt das war natürlich dann ohne Lamella Ball war er verletzt oder habe ich jetzt falsch aber ist ja egal 10 Mal auf den Punkt hat er gemacht 6,2 Assists klar da sind 3 ja nicht getroffen mit 29% aber wie gesagt kriegt er für 7,7 Millionen Dollar dieses Jahr der Mann ist 30 31 also was sollte irgendjemanden bewegen ihm zu sagen ja also ich rate dir jetzt geh mal bitte zurück nach Europa da kriegt er keine 7,7 Millionen Euro äh Dollar ähm klar nach der Saison kann es gut sein dass ähm dass herausgekauft dass die Teamoption nicht gezogen wird kann auch gut sein ähm dass es irgendwann dann Richtung Ende der Saison in der Buyout Zeit vielleicht einen obwohl einen Buyout braucht es ja gar nicht zu geben wenn wenn er eh die Teamoption nicht ziehen also who knows aber jetzt zu sagen oh der spielt da so wenig was ja eigentlich Faktor nicht war er hat letztes Jahr in Charlotte dann ne 27 Minuten gespielt deswegen zu sagen geh mal nach Europa zurück nein nimm das Geld mit er hat sich ja spät entschieden in die NBA zu gehen guck was noch geht bei einer jungen Mannschaft und wenn du dann denkst oder wenn das Team denkt ey das war es jetzt aber auch und du hast in Europa eine gute Situation alles super vor allem wer hat denn jetzt noch das Geld übrig für jemanden wie Theodosic also ist ja nicht so dass wir drei Monate Zeit haben bis die Euroleague-Saison beginnt so das ist jetzt ja alles mehr oder weniger steht ja bevor ne das Trainingslager fängt an von daher nein da muss man schon realistisch sein dass er natürlich nicht mehr Ortser wird in der NBA aber das war ja auch nie der Plan also ich glaube der Plan für ihn rüber zu gehen oder die Ideen zu holen von OKC war ja einfach hey solider Mann von der Bank fest halt den Ball Veteran ne kommt mit Spielintelligenz hat er nicht gepasst wo Klamour City ist es in Charlotte aber das Geld passt und das ist ja dann leider Gottes im Profisport auch ab einem gewissen Punkt mal das Wichtigste und Geld vielleicht ein gutes Stichwort kommt kurz zusammen auch wenn es ja keinen Werbe-Jingle gibt jetzt weil ich zu faul bin den rein zu editieren wir sind gerade dabei die große Pre-Review unseres Gut Next Magazines fertig zu stellen das fertig zu stellen wir fangen an also es gibt die ersten Texte sind schon da wir planen das jetzt alles bis zum Ende durch und wir haben natürlich noch einige Exemplare von diesem unglaublichen Bucke sehen 180 Seiten dickes Papier wirklich was ich sage das immer wieder und Leute glauben mir nicht wenn sie es an der Hand haben denken sie um Gottes sagen sie mir um Gottes Willen das habe ich ja gar nicht gewusst doch ich habe es dir doch erzählt das ist von der Qualität her das Beste was es jemals in Deutschland gab das ist außerhalb von der Reverse in Frankreich das Beste was es in Europa gibt und ich bin oft genug in den USA möchte ich sagen im USA gibt es sowas auch nicht es gibt natürlich Slam die ist mittlerweile nur so dick 70, 80 Seiten haben die nur noch das hier ist wirklich wirklich was ich will nicht sagen für die Ewigkeit aber das ist ein Coffee Table Book Material jedes Mal ein übergreifendes Thema die nächste Ausgabe wird die Review der vergangenen Saison die Preview auf die neue Saison mit vier Seiten für jedes Team danach gibt es die Revolutionsausgaben mit den Revolutzern dann machen wir uns Gedanken was wir nächstes Jahr machen wir haben noch die Kobe Ausgabe wir haben die 92er Ausgabe wir haben die 2000er Special aber noch wir haben noch Blink wir haben noch das DBB Special mit allen Nationalspielern der Nowitzki Jahre holt es euch holt es euch bitte kauft uns das Lager leer und zeigt dass ihr Liebe habt für überragenden deutschen Basketball Journalismus ich sage es einfach mal frei heraus weil es ist wirklich so gut überzeugt euch von gutnextmag.de slash shop und jetzt weiter mit den Fragen zum Thema neuer Bundestrainer Tansilo möchte wissen ich bin auf Alex Mumbrub gespannt aber auch sehr skeptisch da er als Coach nicht viele Erfolge nach oder vorzuweisen hat aber ich kann es auch nicht beurteilen wie er taktisch ist was kannst du mir über ihn erzählen ich kann nur noch nicht verstehen wie der DBB Gordi hat gehen lassen die hätten Himmel und Hölle Bewegung setzen müssen ihn zu halten vielleicht erst zum zweiten Teil das würde ja also das jetzt alles auf den DB zu schieben ich sage nicht dass das falsch ist aber wenn man das macht dann lässt man ja oder setzt man ja voraus Gordon Herbert wäre unglaublich gern und auf jeden Fall geblieben wissen wir nicht was wir wissen ist dass Gordon Herbert vergangenes Jahr schon bei Willa Bunn zugesagt hat bei bei Tony Parker das ist ja sein Verein dann zum DBB kam und sagt hey ich würde gerne auch noch Euroleague trainieren und gleichzeitig DBB machen ich weiß da gibt es eine Regel dass das nicht geht aber das können wir doch machen oder und hat DBB gesagt ja das können wir gerne machen aber dann machst du halt nicht Olympia und dann hat er bei Tony Parker abgesagt und jetzt hat er ja auch schon recht früh bei den Bayern aus München zugesagt und wird jetzt halt da Trainer sprich ich habe nicht drüber gesprochen aber für mich liest sich das alles so dass Gordon Herbert jemand ist der gerne Mannschaften trainiert Basketballmannschaften trainiert und auch nicht nur alle paar Wochen und Monate die Jungs zusammen hat sondern wahrscheinlich am liebsten jeden Tag zwei Stunden ich glaube ich einschätze der lebt dafür Teams zu führen Basketball beizubringen Lehrer zu sein irgendwo und mit Menschen zu arbeiten und bei Nationalmannschaften kannst du das eben nicht kontinuierlich das ganze Jahr im Plastik mit denen Zoom-Calls machen und sonst was aber du kannst mit denen nicht in der Halle stehen weil das eben einfach nicht geht als Bundestrainer oder als Nationaltrainer so von daher jetzt zu sagen hey der DBB hätte ihm mit Geld überholfen sollen dass er sagt nein diesen Impuls oder diesen was ich da gerne machen würde das ist mir jetzt alles egal weiß ich nicht gleichzeitig zu sagen der DB hätte das über Bord werfen sollen diese Regel dass man nicht als Bundestrainer eben ein Team ein Vereinsteam trainieren darf das kann man jetzt schon ein bisschen mehr diskutieren aber da finde ich auch so jo weiß ich jetzt nicht ob das so eine geile Idee ist dass einfach nicht zu sagen nee dann machst du das halt nicht mehr mach das andere weil ich meine dann bist du natürlich schon das ganze Jahr mit deinem Team eigentlich beschäftigst du eigentlich trainierst in der Rhein der Jury ist ein Volltimejob hast du halt die Zeit über das ganze Jahr so die Truppe Nationalmannschaft zusammenzuhalten klar andere anderen Teams funktioniert das auch kann man natürlich sagen gar keine Frage aber ich verstehe schon dass der DB da jemanden haben will der sich dann auch konzentrieren kann auf die Qualifikationsfenster sie konzentrieren kann auf vielleicht die Arbeit im Verband was ja dann auch oft vom Bundestrainer verlangt wird von daher das ist nicht so leicht zu sagen im Sinne von jetzt haben wir mehr Geld gegeben wäre ist alles gut gewesen kann auch gut sein dass Gordon Herbert gesagt hey nach den drei Jahren jetzt was soll noch kommen zwei Medaillen vierter Platz der hat sicherlich auch den Umbruch gesehen der jetzt ansteht im Kader und manche Dinge oder viele Dinge haben halt ein gewisses Halbwerts Halbbarkeitsdatum so und Halbwertszeit und von daher Gordon Herbert jetzt um jeden Preis halten zu wollen weiß ich ehrlich gesagt nicht ob das für alle Beteiligten das Beste gewesen wäre ehrlich gesagt was Mumbro angeht ich verstehe dass viele jetzt mit einer gewissen Skepsis reagieren weil sie nicht mit seiner Arbeit vertraut sind aber da möchte ich vielleicht zurückfragen wer hätte denn da kommen sollen dass der geneigte Basketballfan mit der Arbeit vertraut ist versteht ihr was ich meine also wenn ihr mir jetzt sagt es hätte ja kein Vereinstrainer sein dürfen also das ist jetzt kein Euroleague Coach der jetzt im Amt und Würden ist klar dass es ein Nationaltrainer sein können den man abwirbt oder so das kostet ja auch alles sein Geld klar hätte es was ich es hätte Steve Nash sein können weil Nowitzki ihn fragt und der hat Bock da drauf aber wären wir denn mit sagen wir mal Steve Nash sagen wir mal Steve Nash aber nur mal verschitzen giggels weil das ein Name ist den man ja eigentlich ganz gut kennt so wenn jetzt Presseverbrenz gestern gewesen wäre und woher steht er Steve Nash als neuer Bundestrainer also wenn wir uns mal ganz ehrlich mal in die Augen gucken ehrlich zueinander sind hier im Podcast sind ja nur wir beide wofür steht Steve Nash als Trainer was hat Steve Nash schon für Erfolge vorzuweisen als Trainer da müssen wir ehrgeweise sagen gar nichts nichts in Brooklyn angefangen kann man natürlich sagen war Opfer der Umstände aber hat er nichts gemacht da ist nichts passiert nichts positives war er die ärmste Sau ja keine Frage aber nichts passiert er war zwischendurch glaube ich General Manager vom Team Canada hat er dafür die Erfolge die sie dann hatten auch jetzt nicht die großen Erfolge irgendwas damit zu tun gehabt weiß ich jetzt auch nicht aber ich garantiere euch wenn er Steve Nash verkündet worden wäre als Name und nicht Alex Mumbo hätten wir längst nicht dieses negative Feedback was wir jetzt haben und das finde ich halt dann schon das muss man immer mit dazu sagen dass viel um den Ruf jetzt hier geht und viel auch glaube ich um so ein bisschen das Alter der jeweiligen Kommentatoren und ich meine jetzt nicht das Alter der Kommentatoren im Fernsehen oder so sondern der Kommentatoren in Kommentarspalten weil von vielen habe ich gelesen Alex Mumbo den Namen habe ich noch nie gehört und da denke ich mir okay wenn ich den Namen Alex Mumbo noch nie gehört habe dann gibt es dafür eigentlich nur vielleicht drei Gründe also A ich interessiere mich null für internationalen Basketball sondern jetzt nur so ein bisschen weil Deutschland gerade ganz gut war in der Fieber das kann sein aber dann würde ich mich auch nicht dazu hinreißen lassen irgendwas zu schreiben weil dann habe ich auch keinen Überblick was die Fieberwelt angeht ich bin verdammt jung das kann gut sein natürlich das ist ja auch kein Verbrechen aber dann würde ich immer erst mal gucken und würde mir Google bemühen bevor ich mich schreibe ich kenne den gar nicht ich weiß nicht wie es das soll oder das kann natürlich auch sein man hat einfach gar keine Ahnung und dann sollten wir vielleicht auch überlegen aber dann vielleicht dann anfängt dann direkt immer alle schlecht zu reden so ich sage nicht dass es bei Tassilo hier so ist aber es ist halt schon so als Spieler war der halt wahnsinnig gut mitliegt der goldenen Generation Liga Solz Navarro wie sie alle hießen damals ich habe den auch live spielen sehen natürlich zum Beispiel 2008 im Finale gegen das Redeemed Team 2,2 Meter ist er glaube ich groß ein Guard clever im Kopf kam nie über die Athletik sondern immer über das was zwischen den Ohren war was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist für einen Coach auch wenn es natürlich nicht die einzige Voraussetzung ist und keine Garantie dass er jetzt wirklich dann auch ein Riesentrainer ist dann hat er in Bilbao gearbeitet als Coach wo er vorher auch lange gespielt hat und hat da einen Aufstieg in die ACB geschafft hat er einen Klassenerhalt geschafft und war und ist bekannt für eine super strukturierte Variable total wie soll ich das sagen High-End Defensive der schätze Kollege Lukas Feldhaus at Feilchenfeuer auf Twitter hatte ich habe es auch retweetet da man Deep Dive gemacht und erzählt was für was Mumbo halt steht da gibt es dann auch ein, zwei Videos, Videoszenen und wer sich die anschaut und bei der Defense nicht mit der Zunge geschnallt dann können wir keine Freunde sein Freunde weil das ist einfach wirklich High-End richtig gut das guckt man sich auch drei, viermal fünfmal an um einfach die Schönheit dieser Defensive zu verstehen Lukas schreibt auch dass es offensiv dann viel Pick and Roll war viel ja recht Simples er selber hat gesagt bei der Presskonferenz er möchte gerne aufs Transition angreifen was natürlich gut zu einer aggressiven Verteidigung passt und hat aber auch gesagt er möchte nicht viel ändern never change a running system und er scheint auch wirklich ein Trainer zu sein der sehr variabel ist in seiner Herangehensweise ich habe eine Coachklinik von ihm gesehen auf YouTube wo er wohl in Tschechien zu Gast war aber dann habe ich selbst nur die einen Teil gesehen wo er über Low-Post-Offensive philosophiert das war jetzt nichts wo ich denke das ist Groundbreaking aber ich weiß auch jetzt nicht welcher Level die Coaches waren die da jetzt eingeladen waren die das angehört haben aber das hatte alles Hand und Fuß dass er jetzt zuletzt bei Valencia rausgeflogen ist ja gut wie viele Trainer die ihr kennt sind noch nie irgendwo rausgeflogen also weiß ich jetzt nicht ob das jetzt unbedingt ein Ausschusskriterium ist für einen Bundestrainer also ich meine Gordon Herbert ist auch schon rausgeflogen wenn ich mich ganz täusche also das ist was das gehört zum Trainerjob dazu das muss man immer einpreisen dass sowas passieren kann deswegen ist der Job da kann man ja nochmal zu vielleicht auch nicht so attraktiv für viele Leute und dass er jetzt eine TU League oder so gewonnen hat naja da kommen wir zum letzten Punkt jetzt hier ganz ehrlich also wie attraktiv schätzt ihr denn den Job als deutschen Bundestrainer ein dass man eventuell denkt naja also den Job muss eigentlich einer kriegen der schon mal irgendwo was gewonnen hat eine Medaille oder eine Euroleague gewonnen hat oder Eurocup oder ähnliches so Thomas Isalo warum kommt der nicht der ist in der NBA bei den Grizzlies jetzt aber warum kommt der nicht als Bundestrainer das muss doch attraktiver sein als jetzt irgendwie in dem Fall Assistentenjob in der NBA und da muss man sagen naja zum einen ist es so wie gesagt du kannst kein Team nebenbei trainieren dann ist es so du musst zwei Mannschaften aufbauen eine Mannschaft für die Qualifikation wo dann die NBA Spieler fehlen auf jeden Fall und ich glaube auch die Ju-League Spieler im November fehlen dann musst du ein zweites Team aufbauen für die großen Maßnahmen du hast eigentlich kein Training nicht so was wie du sagst mit Qualifikationsfans im November gegen Schweden dann hol die Truppe mal drei Wochen vorher zusammen dann geht es los nein man da hast du wahrscheinlich zwei, drei Einheiten dann geht das schon ab mit dem Spiel dann musst du sofort da sein für den großen Maßnahmen im Sommer dann hast du vielleicht sechs Wochen vier Wochen Zeit und dann muss alles sitzen das ist auch ein Punkt wo ich denke naja was ich da defensiv von Mumbo gesehen habe was wahnsinnig gut war muss ich sagen das ist aber nicht mit so wenig Training hinzubekommen das hat mir auch ein Insider geschrieben der meinte hey Mumbo steht für eine tolle Defense Aggressiv aber das ist schwer umsetzbar wenn es dann in den Nationalmannschaftskontext geht mit den wenig Trainingsanheiten von daher da müssen wir abwarten aber dass der Job der ist einfach nicht so attraktiv der deutsche Job wahrscheinlich wie irgendein Euroleague Headjob oder so alles das Geld nicht das gleiche ist wie gesagt B du einfach diesen Job als Nationaltrainer haben wollen willst dieses Leben ohne jeden Tag Training und dann ist es so natürlich muss er einen Umbruch moderieren wenn Giffey aufhört wenn eventuell Theis aufhört wenn eventuell Vogtmann aufhört Loh Thiemann das sind ja alles Namen naja mal gucken na klar kommen viele junge neue Leute nach aber was ist wenn die Wagners sich diesen Sommer 25 freinehmen wie jetzt an verschiedenen Stellen zu lesen war Dennis Schröder hat gesagt er spielt bis er 40 ist aber sagt dann wenn wir jetzt alle anderen Namen wenn wir sagen nicht alle hören von denen auf sagen wir vier von denen hören auf dann ist es schon ein ziemliches Loch ausgerissen mit in den Kader klar kann das gestopft werden auch mit Tristan Dersilver dann mit Justus Hollatz David Kremer man hat genug Leute auch natürlich die Leute die dann Christian Senkfelder die auch die Quali gespielt haben in Absenz der NBA Spieler der Vergangenheit gar keine Frage aber das ist wie gesagt das ist alles nicht so top attraktiv wie wenn du Trainer bist von Barcelona Real Madrid oder bei jedem Euroleague Team wahrscheinlich weil die alle besser bezahlen auch denke ich mal als der DBB von daher ja ich bin sehr gespannt auf Alex Mombo sehr sehr gespannt aber er machte auf mich jetzt einen Eindruck sagt die Sachen die ich gesehen habe im Netz aber auch von der Pressekonferenz das ist glaube ich ein sehr sehr cleverer intelligenter Coach der auch weiß worauf er sich da einlässt und jetzt muss man einfach hoffen dass er einen guten Rapport mit den Spielern hat dass die Spieler alle spielen wollen das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer so und dass es ihm gelingt zwei Topmannschaften aufzustellen eine die sich hoffentlich für die Euro Basket 25 qualifiziert und dann eine die dort für Furore sorgt aber solange wir jetzt ja seine Arbeit nicht gesehen haben und das können wir erst im November können wir uns auch kein Urteil erlauben wenn wir ehrlich sind Nico fragt wieso hat der deutsche Basketball keine guten Trainer der letzte deutsche Coach of the Year war 2016 17 auch beim DBB sind wohl bei den Frauen als auch Männern ausländische Coaches auch die Top Teams der BBL haben alle ausländische Trainer woran liegt das das ist ein Ausbildungsproblem ich habe mir mal die Mühe gemacht heute wirklich Mühe weil man soll das gar nicht denken es ist nicht so leicht rauszufinden wie viele deutsche Trainer eigentlich nächstes Jahr in der BBL unterwegs sind weil ich davon ausgegangen bin dass der letzte Coach of the Year der deutscher war wahrscheinlich 2016 17 in der BBL unterwegs war ich wollte auch mal abbilden höchstdeutsche Spielklasse die ja in den letzten sagen wir 15 18 Jahren sehr viel dafür getan hat dass wir die Strukturreformen die die Jugendförderung vorangetrieben haben die Spieler produziert haben da muss sich auch was zu sehen sein was die deutschen Trainer angeht und das war jetzt nicht so leicht weil vielleicht verrate ich euch da nichts Neues aber die Website der Easy Credit Basketball Bundesliga ist Trash Straight Trash muss man leider so sagen nach wie vor die einzelnen Teamseiten sind überhaupt nicht gepflegt ich konnte nicht sagen wie die Trainer sind da musste ich auf jede von den 17 Seiten einzeln drauf zu den Teams da gucken und wenn ich jetzt nicht irgendwen vergessen habe sind das die deutschen Trainer die wir derzeit in der Basketball Bundesliga haben Dennis Sucherer in Frankfurt Anton Gawelle in Bamberg und Benka Baloschki in Hamburg also 3 von 17 spielen sie glaube ich dieses Jahr wenn ich da einen Fehler habe schreibt es mir gerne in die Kommentare oder per Mail an dreidcatnex.de das ist nicht viel 3 Trainer und wenn wir die Namen jetzt hören dann wissen wir Anton Gawelle kommt eigentlich aus Slowakei er hat aber natürlich in Ewigkeiten hier gespielt wo Benka Baloschki seinen Lebenslauf bin ich nicht mit vertraut bei Dennis Sucherer weiß ich aber das ist ein verdienter Nationalspieler hat in Serbien damals in Belgrad Silber gewonnen das ist eine Legende Punkt also wieso haben wir nur 3 Trainer auf dem Niveau und wieso war das in den letzten Jahren wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel mehr obwohl ich schon denke dass das relativ ich denke vielleicht ist es kein Rekord aber ich denke 3 Trainer nur das ist schon wirklich arg wenig aber wie gesagt auch da da bin ich nicht nah genug dran an der BWL dass ich das jetzt wirklich einordnen kann in den letzten 20-30 Jahren wie hoch die Zahl 3 halt ist aber es fällt natürlich auf und was man glaube ich schon sagen kann ist also das was uns im Spielerbereich gelungen ist in den letzten sagen wir 20 Jahren eben zu sagen hey es gibt Positivquotierungen wir brauchen deutsche Basketballer um in der Basketball Bundesliga erfolgreich zu sein die müssen wir jetzt selber ausbilden wir müssen Sachen müssen das dafür tun wir können nicht einfach nur irgendwelche Amerikaner eindeutschen sondern wir müssen jetzt selber Spiele produzieren das ist das was wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren da ernten wir gerade die Früchte in der Nationalmannschaft nicht nur in der A-Nationalmannschaft sondern auch U20 A2 U18 überall da ernten wir die Früchte Punkt ist einfach so das wäre nicht passiert wenn man das nicht wenn ich BBL aber auch DBB da im Schulterschluss einige wichtige Reformen vielleicht auch zu spät aber immerhin auf den Weg gebracht hätten so für die Trainer naja das ist halt was anderes denn und jetzt wie gesagt da rede ich auch so ein bisschen es ist nicht dass ich mit Leuten großartig gesprochen habe jetzt weil die Frage kam heute erst rein aber natürlich es gibt hauptamtliche Trainerstellen die glaube ich auch Voraussetzung sind für eine BBL Lizenz es gibt natürlich auch im Trainer Business sage ich mal eine Ausbildung natürlich Förderprogramme etc aber das muss man glaube ich auch ganz klar sagen es ist nicht so wie ja wie bei den Spielern dass man einfach sagen kann okay wir brauchen die Spieler wir bilden die aus die kommen zum Training wir haben einen Unterbau wo wir die hochziehen und dann kommen sie irgendwann oben an und dann mal gucken wo die Reise hingeht das ist bei Trainern also klar in der Theorie kann das auch so sein ich habe Trainer die ich ausbilde die machen dann was ich fangen bei den Minis an und dann landen bei der U16 U18 was weiß ich und dann irgendwann sitzen sie auf der Bank als Assistent bei der ersten und dann dann sind sie halt da das gibt sicherlich Beispiele wo das so funktioniert hat aber ihr merkt schon das ist natürlich also es gibt ja nur 18 Jobs oder 17 jetzt klar kann man auch pro A und pro B dazunehmen aber das ist schon also sich zu entscheiden dass ich Trainer werden will Basketballtrainer als Beruf und es ist ja auch nicht so ein Beruf wie Spieler wo ich sage okay wenn das richtig optimal läuft dann bin ich so bis Mitte 30 habe ich dann halbwegs gutes Geld verdient und ich kann auch nebenbei mich dann nochmal kümmern um eine Ausbildung und vielleicht kann ich bei irgendeinem Ex-Sponsor anfangen sondern als Trainer bin ich halt Trainer ich setze auf diese eine Karte ich investiere da wahnsinnig viel Zeit zu und ich weiß aber es gibt nur wenn wir es nur über Deutschland sprechen die paar Jobs natürlich gibt es Jobs im Ausland wir haben Henrik Rödel ist ja zum Beispiel in Saudi-Arabien Matthias Fischer den ich so Ewigkeiten kenne ist in Japan natürlich gibt es auch da Möglichkeiten nur auch da müssen wir sagen du kannst jetzt nicht stellenweise erwarten 20.000 Jobs gibt die du alle irgendwo realistischerweise machen kannst und sicherlich gibt es auch in Deutschland jetzt nicht nur Jobs in der Bundesliga oder in der 2. Liga oder in der Pro A und Pro B es gibt ja auch Regionalliga-Jobs oder hauptamtliche Jugendtrainer oder so aber da kommen wir natürlich an den Punkt über den wenige Leute sprechen wollen wie gut sind denn diese Jobs bezahlt was kriegt denn ein hauptamtlicher Jugendtrainer reicht es denn um eine Familie zu ernähren mit zwei Kindern sagen wir mal wie ist denn die Perspektive da hast du denn eigentlich Jobsicherheit in so einem Job sind wir mal ehrlich nicht so wirklich klar kann man sagen wenn du bei den Profis bist da kriegst du genug Schmerzensgeld jein weiß ich jetzt auch nicht ob das alles denn immer so aufwiegt wenn du dann stellenweise was weiß ich bei einem Verein bist und kommt ein neuer Manager und der will nicht mit dir arbeiten klar kriegst du vielleicht dann wenn du entlassen wirst deinen Vertrag bist du mir dann ausgezahlt aber das sind ja keine Millionen wenn wir jetzt über Deutschland sprechen was ist wenn du einfach eine gute Saison gespielt hast deine besten Spieler werden weggekauft dann kommen vielleicht mehr Erwartungen dann kommen vielleicht zwei drei Amerikaner die das auffangen sollen und die sind aber nicht gut genug und du bleibst mit der Erwartung zurück und obwohl du eigentlich nichts falsch gemacht hast fliegst du auch raus also es ist ja einfach ein sehr sehr unsteter Job ohne wirkliche Sicherheit und wenn du alleine bist ist alles kein Problem aber sobald du Familie hast oder so da musst du dann aber also da musst du schon hart gesotten sein sicherlich sind das nicht nur die Voraussetzungen die sind die exklusiv für Deutschland die gelten genauso in Spanien in Polen in Slowenien in Finnland und natürlich fragt man sich dann aber warum kommen denn dann diese Trainer zu uns und unsere Trainer kriegen die Chance nicht das müsste man an anderer Stelle mal erklären ob es da vielleicht einen Bias gibt gegen die die deutschen Coaches dass sie vielleicht im eigenen Land weniger zählen als im Ausland da müssen wir vielleicht mal sprechen mit jemandem der sich da auskennt würde auch schon jemand einfallen Stefan wenn du das hörst Stefan Kauch lass uns doch mal sprechen darüber vielleicht mache ich da mit Stefan mal einen Podcast zu weil Stefan ja auch jemand ist der er war ja mein erster Zweitligatrainer und ist ja mittlerweile auch dann jetzt raus aus dem Geschäft obwohl er auch war ja nicht sogar der letzte Coach of the Year fällt mir gerade ein war er das nicht 2016, 17 ja das ist ein faszinierendes Thema da müsste ich mal weiter mit einsteigen mit Leuten die da mehr im Business sind aber ganz ehrlich so sehr ich Basketball liebe wenn ich wüsste ich müsste als Basketballtrainer meine Familie mich ernähren da könnte ich wahrscheinlich nicht so gut schlafen wie jetzt wenn ich ehrlich bin kommen wir zur letzten Frage von Rotbert passt witzigerweise ganz gut zu der Frage eben was sind deine Gedanken zu Ikigai hast du das Buch schon durch was ist dein persönliches Ikigai ich habe ja dieses Buch gelesen über Ikigai das ist eben dieses japanische Konzept dass man etwas findet also es ging in dem Buch darum warum zum Beispiel auf Okinawa die Menschen so lange leben und da wurden bestimmte Sachen auseinanderklamiser wie Ernährung und so aber es ging vor allem um dieses Ikigai also es ist mal quasi so die Amerikaner würden sagen Purpose dass man etwas findet was man ein Leben lang machen möchte was einen Freude macht wo man drin aufgeht in der Arbeit wo man auch so ein bisschen Flowstate erreicht und ja das Buch muss ich sagen fand ich gut die letzten letzten paar Seiten fand ich so gut wo dann ein bisschen über hier Tai Chi und so gesprochen wurde das fand ich dann so ein bisschen einfach nur ja fand ich ein bisschen Füllmaterial aber allein so dieses dieses Ding dass man etwas finden muss was einem also es hat ein bisschen was von diesem naja wenn du ein Hobby zum Beruf machst musst du nie arbeiten gehen das stimmt ja nicht wenn ein Hobby zum Beruf macht da hat man auch kein Hobby mehr irgendwo aber das glaube ich da kann man ganz gut zusammenfassen und klar für mich ist natürlich dieses über Passwort sprechen über Passwort schreiben mich da beschäftigen natürlich mein Ikigai würde ich sagen momentan kann sich das ändern nochmal irgendwann ja natürlich auch aber das fand ich ganz spannend dass ich denke ich bin da eigentlich auf einem guten Weg da ich das ja für mich eigentlich schon gefunden habe oder das Glück habe dass ich mit dieser Sache wo ich eine große Leidenschaft so habe und die mich auch ausfüllt dass ich das auch beruflich machen kann das hat dann leider längst nicht jeder aber ja war ein spannendes Buch mal zu Sachen auch zu reflektieren und so auch gerade den den Teil über hey Zeit mit Freunden verbringen aktiv sein beweglich sein fand ich sehr spannend also Ikigai müssen wir suchen am besten bei geniallokal.de lohnt sich auf jeden Fall wenn ihr da mal reingucken wollt ist auch nicht so ein langes Buch hat man schnell durch aber sind ein paar ganz ganz coole Ansätze drin ja und das war's für heute ich wünsche euch allen ein tolles Wochenende wie gesagt wenn ihr abschließend gerne bei gotnext.de gotnextmag.de slash shop reingucken wollt und euch etwas zu lesen holt muss ja nicht Ikigai sein kann ja auch ein Basketball Buckezin sein sehr gerne und wenn ihr wie gesagt den Beerthatcher gewinnen wollt postet einfach bei YouTube unten euer Lieblings Emoji ich kontaktiere euch dann da und dann kriegen wir das hin in diesem Sinne tolles Wochenende fahrt ein bisschen an den Baggersee obwohl aber nur da wo man wirklich auch baden darf ne stay safe genießt die Sonne haut rein euer André euer André